Berlin, was ist denn da schon wieder bei Julian Siedlow, 38, los? Auf seinem Instagram-Kanal hat der sonst so umtriebige Ex-Fitness-Influencer sämtliche Fotos gelöscht. Irgendwann hat sich Julian Siedlow dafür entschieden, den alten Job als Fitness-Coach an den Nagel zu hängen und fortan nur noch seinem, laut eigenen Worten, highest excitement zu folgen. Auch die Beziehung mit noch Ehefrau Alina Schulte im Hof, 36, blieb dabei nach 18 Jahren auf der Strecke. Sein neues Leben zwischen Esoterik, Sex und Drogenexzessen teilt der 38-Jährige dafür ausgiebig mit seinen rund 270.000 Followern auf Instagram. Doch wer heute auf Siedlows Profil geht, findet nichts. Der Berliner hat sämtliche Beiträge auf seinem Kanal gelöscht. Ebenfalls auffällig, auch seiner neuen Flamme und spirituellen Ehefrau Kate Kozulowska, ja, 25, folgt Siedlow nicht mehr. Von Beziehungsstress ist aber dennoch nicht auszugehen. Denn in seiner Instagram-Story machte der Bashar-Kult-Anhänger seiner Kate erneut eine Liebeserklärung. Zu einem Video, das ihn bei seiner Ankunft in Thailand zeigt, schrieb Julian Siedlow, Als ich Anfang April nach Kofangan zurückkehrte, wussten Kate Kozulowska ja und ich noch nicht, wie es mit uns weitergeht. Wir wussten nur, dass es eine Anziehung gibt, die wir so noch nie gespürt hatten, die magisch ist. Warum sämtlicher Content von seinem Kanal verschwunden ist, verriet Siedlow jedoch nicht. Auch weshalb er seiner Kate aktuell nicht mehr folgt, ist unklar. In der Vergangenheit hatte der 38-Jährige bereits mehrfach wegen expliziter Inhalte Probleme mit der Plattform. Julian Siedlow? Erneut alle Inhalte auf seinem Instagram-Kanal gelöscht. Trotzdem müssen Fans wohl nicht befürchten, lange auf neues Material warten zu müssen. Erst Ende Mai war Siedlows Kanal von der Social-Media-Plattform verschwunden, nachdem er zuvor eine große Wahrheitsoffensive angekündigt hatte. Kurze Zeit später war Siedlow dann aber doch zurück. Die Probleme begründete der ehemalige Personal-Trainer von Promis wie Rapper Flair, 41, damals mit den bösen Mächten der Matrix, die ihn zurückhalten wollten. Bekannt wurde Julian Siedlow mit seinem Fitness-Imperium, das er sich mit seiner Jugendliebe Alina aufgebaut hatte. 18 Jahre lang waren die beiden ein Paar, haben zwei gemeinsame Töchter. Die Beziehung scheiterte jedoch, als sich Siedlow dem sektenähnlichen Bashar-Kult in Thailand anschloss und die Handeln zunehmend gegen psychedelische Drogen austauschte. Die Beziehung scheiterte jedoch, als sich Siedlow dem sektenähnlichen Bashar-Kult in Thailand anschloss und die Beziehung scheiterte jedoch, als sich Siedlow-Kult in Thailand anschloss